Guten Abend, nochmal zusammen. Funktioniert die Technik? Ja, wir gehen jetzt mal in die Stadt Paris und zwar etwa 200 Jahre zurück, frühes 19. Jahrhundert. Damals haben die Behörden in Paris Aufenthaltsgenehmigungen ausgegeben für ausländische Mitbürger. So sah so eine typische Aufenthaltsgenehmigung aus. Das Besondere daran ist, in dieser Aufenthaltsgenehmigung ist ein Code versteckt. Und dieser Code macht ein paar Aussagen über den Besitzer dieser Aufenthaltsgenehmigung, die der Besitzer nicht wissen sollte. Zum Beispiel, wenn so eine Wellenlinie irgendwo auf der Aufenthaltsgenehmigung zu sehen war, dann hieß es, dass der Besitzer leichtsinnig war. Hier ist die Wellenlinie, da ist wohl ein leichtsinniger Typ. Diese geschweifte Klammer bedeutet einsichtig. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was da gemeint ist, aber ist ja egal. Jedenfalls, die geschweifte Klammer ist vorhanden. Also war es wohl ein einsichtiger Mensch. Und wer es nicht glaubt, hier in diesem Text aus dem 19. Jahrhundert ist das alles beschrieben. Hier ist die Wellenlinie, hier ist die geschweifte Klammer. Und das war auch noch längst nicht alles. Zum Beispiel, in der gleichen Beschreibung heißt es, groß von Person, also der Inhaber dieser Aufenthaltsgenehmigung war groß von Person, denn die Einfassung ist breit. Das ist die breite Einfassung. Aber schlecht gewachsen, denn die Einfassung besteht aus geraden Linien. Das ist die gerade Linie. Von Gesicht mittelmäßig schön, aber freundlich. Ja, denn über der Einfassung ist eine Sonnenblume angebracht. Das stand alles in den Aufenthaltsgenehmigungen. Es geht sogar noch weiter. So ein Doppelpunkt hinter dem Namen, der bedeutete Katholik. Wäre es ein Selikolon gewesen, dann wäre es ein Lutheraner gewesen. Und was meint ihr, was bedeutet gar nichts hinter dem Namen? Heide, Atheist. Ja, also so war das damals mit diesen Aufenthaltsgenehmigungen. Und dieses Verstecken von Daten, dieser Datenschmucke, das nennt man in der Verschlüsselungstechnik auch Steganographie. Und ja, nebenbei, da habe ich ein schönes Buch drüber geschrieben. Das ist die Arbeit, die ich heute an vorstelle. Aber guckt mir jetzt lieber nochmal ein schönes Beispiel an. Also ihr meint jetzt wahrscheinlich, das sei ein Apfelbaum, aber weit gefehlt. Das Ganze ist eine steganographisch versteckte Nachricht. Man muss da einfach nur eine Schablone drüberlegen. Also das Beispiel stammt übrigens aus dem 17. Jahrhundert. Das ist also nicht mehr ganz neu. Und wenn man jetzt den obersten Apfel sucht, dann stellt man fest, der steht in der I-Spalte. Und darum habe ich hier ein I hingeschrieben. Der nächste Apfel steht in der N-Spalte. Darum habe ich hier ein N hingeschrieben. Der nächste Apfel, das geht von oben immer weiter runter, steht dann in der D-Spalte. Und dann wird jetzt so langsam ein Wort draus. Und wenn man so weitermacht, dann kommt halt dieser lateinische Satz raus. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, was der heißt. Aber es hat wahrscheinlich mit Autos zu tun, denn am Ende hier steht ja Fiat. Geht ja nur ums Prinzip, also da war in einem Baum eine Nachricht versteckt. Das heißt, schon im 17. Jahrhundert kannte man die Steganographie. Oder ein etwas neueres Beispiel. Das hier ist eine Werbeanzeige aus der Zeitschrift New Yorker aus dem Jahr 1941. Wenn wir uns jetzt die Anzeige etwas genauer angucken. Das ist eine Anzeige für ein Würfespiel. Also sind zwei Würfe drauf abgebildet. Das ist jetzt nicht besonders spektakulär. Aber der eine Würfe zeigt eine Zwölf. Der andere Würfe zeigt eine Sieben. Die Anzeige ist erschienen im Jahr 1941. Wenn man das Ganze jetzt als englisches Datum liest, dann ist das der 7. Dezember 1941. Große Preisfrage. Was war am 7. Dezember 1941 in den USA? Pearl Harbor. Genau, Pearl Harbor. Der Angriff auf Pearl Harbor war am 7. Dezember 1941. Gut, was schließen wir da raus? Die Anzeige ist zwei Wochen vor Pearl Harbor erschienen. Da muss also jemand anscheinend eine Vorahnung gehabt haben. Oder vielleicht war es auch nur Zufall. Das hat auf jeden Fall einen riesen Wirbel ausgelöst in Washington. Da gab es mehrere Untersuchungsausschüsse. Und da wurde die Firma, die diese Anzeige geschaltet hat, wurde von oben nach unten durchsucht und hinterfragt. Und alles kam aber nichts raus. Also am Ende war dann das Ergebnis, war halt Zufall. In Wirklichkeit war es natürlich kein Zufall, sondern die Frage ist, wer hat uns verraten? Antwort. Nein, genau die, es wird doch jetzt nicht politisch hier. Nein, die Illuminaten natürlich. Also die Illuminaten stecken da dahinter und haben anscheinend schon zwei Wochen vorher gewusst, wer da eben Pearl Harbor, also dass die Japaner da angreifen und solche Dinge. Also gut, wer jetzt meint, das ist doch Blödsinn mit den Illuminaten, der sollte sich mal das nächste Beispiel angucken. Es gab im Fernsehen, gab es ja mal eine Sendung, die hieß Wetten, dass? Also die Älteren unter euch werden sich erinnern. Irgendwann hat Thomas Gottscheid die Moderation dieser Sendung abgegeben und es wurde über den Nachfolger diskutiert. Und in der Diskussion waren diese beiden Herren hier, Joko und Klaas. Wir alle wissen, dass sie dann nie die Moderatoren von Wetten, dass? geworden sind. Damals wusste man sie aber noch nicht. Nicht, außer den Illuminaten, die wussten es. Und woher wissen wir das, dass die das wussten? Ja, man muss sich halt nur mal die geheime Botschaft angucken, die da versteckt ist in diesem Bild. Wir haben da diese zwei Würfel und zählt man diese Seiten zusammen, kriegt man die Zahl 12, entspricht den Buchstaben M im Alphabet. Wenn man das hier zusammenzählt, dann hat man den Buchstaben L. Und woran denken wir bei ML? Natürlich Markus Land, der wurde dann tatsächlich der nächste Moderator von Wetten, das. Und wer jetzt immer noch nicht an die Illuminaten glaubt, der ist selber schuld. Gut, also spätestens jetzt kommen wir zu dem Teil des Vortrags, der für Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet ist. Dabei geht es eigentlich nur um eine Flasche Cola oder halt um eine Abbildung von einer Cola-Flasche in der australischen Werbeanzeige. Wenn man die Flasche jetzt ein bisschen vergrößert, oder halt nicht die Flasche, sondern die Werbung, und wenn man diesen Ausstieg noch ein bisschen vergrößert, und wenn man jetzt genau hinguckt, dann... Das ist dann, warum sich der Zeichner anschließend eine neue Stelle suchen musste. Der Grafiker verstand nämlich ein bisschen was von Steganografie und hat es vielleicht etwas ungeschickt angewendet. Aber gut, also die Jugendlichen können jetzt wieder reinkommen. Gut, es gab vor ein paar Jahren mal im Fernsehen eine Sendung, die hieß Wetten, dass... Die Älteren werden... Ich glaube, das habe ich gerade schon erzählt, oder? Die Sendung gab es jedenfalls mal und es gab immer wieder so eine ganz blöde Situation in der Sendung. Also es kam immer wieder vor, da stand der Markus Land, so oder vor, der Thomas Gottschalk, stand da mit einem Wettkandidaten und alle waren wahnsinnig gespannt auf eine ganz tolle Wette. Und was kam? Der Wettkandidat hat gesagt, darf ich jemanden grüßen? Und dann hat er halt gegrüßt, die Oma und den Opa und den Hund und sowas geht natürlich nicht. Also wenn man jemanden grüßen will in der Fernsehsendung, dann bitte schön Steganografisch. Ich zeige mal, wie es geht. Nehmen wir mal an, ich wette, ich kann, sagen wir mal, mit drei Bällen jonglieren eine halbe Minute lang. Das reiche ich jetzt bei Wetten, das ein. Und jetzt nehmen wir an, ich will jemanden grüßen. Also diesen Rhetorik-Club, wo ich immer meine Reden übe, die kann man ja ruhig mal grüßen in der Fernsehendung, das sollte ja wohl überhaupt sein, aber natürlich Steganografisch. Und im Grunde reicht es ja, wenn ich die ersten, wenn ich die vier Buchstaben nehme. Und als Informatiker kann ich die Buchstaben ja jederzeit in eine Folge von 0 und 1 umwandeln. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich eine 0 und eine 1 jongliertechnisch darstelle. Ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich es so mache. Also immer wenn ich einen Ball nach innen abwerfe, ist das eine 0 und wenn ich einen Ball nach außen abwerfe, dann ist es eine 1. Und wenn ich jetzt diese vier Buchstaben nur mitteln will, dann sieht das so aus. Ich kann es eigentlich so, dass mich das richtig ganz so blendet. Top, die Wette gilt. 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0. Also ich würde sagen, Wette gewonnen und Grüße übermittelt. Also besser geht es noch nicht. Und kommt jetzt sogar noch besser, ich bin ja nicht der Einzige, der das Problem hat. Stellt euch mal vor, der Papst hält irgendwo eine Predigt. Und dann sieht er irgendwie in der letzten Reihe einen alten Kumpel, der heißt Fritz, bin gleich fertig. Weiter! Da kann er jetzt nicht sagen, hallo Fritz, sondern da muss er das stekanografisch machen. Und es gibt schon aus dem 16. Jahrhundert eine stekanografische Methode, in der man einfach jeden Buchstaben durch ein lateinisches Wort ersetzt, das in einem Gebet vorkommen könnte. Für jeden Buchstaben gibt es ein Substantiv und ein Adjektiv. Und wenn ihr dann irgendwann mal hört, wie der Papst predigt, Arbiter Clemens, Illustrator Immortalis, Imperator Excelsius, Fabricator Savientissimus, Redemptor Magnificus, dem heißt das, hallo Fritz. Gut, und damit bin ich dann am Ende. Das ist das letzte Beispiel. Das ist ein stekanografischer Grabstein. Da gibt es eine schöne Inschrift und wenn man die Inschrift etwas genauer anguckt, dann... Ja, gut. Dankeschön.